ein wundervoll guten tag ihr leben und herzlich willkommen zum heutigen video wir werden heute mal wieder reacten und zwar von video dass ihr mir zukommen lassen habt ich sollte mir das doch mal unbedingt anschauen und zwar geht es um dieses video von metamatic crypto 100 dollar xrp unvermeidlich beweis xrp codios ist für derivate ausgelegt ethereum wird verlieren der titel gefällt mir doch schon wieder auf jeden fall bin ich mal sehr gespannt ich habe das video schon mal kurz durch gesetzt und habe auch metamatic persönlich kurz gefragt ob es in ordnung ist für ihn dass ich einfach sein content hier zeige und benutze und ein bisschen darauf reagiere er meinte sehr gerne er ist sehr gespannt ich freue mich darüber vielen dank mein lieber und die kommentare zeigen auch schon danke für die tolle recherche und deine arbeit das hat sicherlich stunden gedauert und das war auch mein erster eindruck also du hast scheinbar sehr viel recherchiert ich bin super gespannt ihr dürfte es auch sein und ich würde sagen lasst uns direkt rein starten ganz kurz vielleicht noch mal es wird ja immer wieder gesagt mensch die ganzen fomo boys mit eurem 1 dollar 2 dollar xrp 10 dollar xrp hier sunny degree ist 100.000 dollar bitcoin preis möglich vor dem halving also die bitcoin maxis können es auch lasst uns rein starten freunde was geht ab bei den wolfsruhen und willkommen zurück zu metamatic ich war wieder sehr tief im kaninchenbauch und ich glaube ich weiß jetzt wie ripple den derivatemarkt erobern wird und während meiner recherche habe ich herausgefunden warum vitalik butterin der größte der welt ist klingt auf jeden Fall schon mal sehr viel versprechen überspringen wir mal das intro direkt starten direkt rein und bevor ich euch erzähle wie ripple den derivatemarkt erobern wird muss ich leider wieder mal weit ausholen und erst mal ein paar grundbegriffe erklären damit auch alle mitkommen denn das ganze ist doch irgendwie kompliziert aber ich verspreche euch am ende wird alles zu einem orgasmus artigen aha moment führen legen wir los was ein smart contract ist wissen die meisten von uns ja schon das sind in einem satz erklärt kleine programme die automatisch ausgeführt werden wenn bestimmte vorher festgelegte bedingungen erfüllt werden ich könnte zum beispiel mein haus tokenisieren auf die blockchain übertragen und über einen smart contract sagen dass die person die mir als erstes 500.000 euro bezahlt meinen haus token und damit das eigentumsrecht für meine immobilie übertragen bekommen nun ist es so dass vitalik butterin mit ethereum die erste blockchain eingeführt hat die smart contracts unterstützt das ist zumindest die offizielle version die wahrheit ist aber dass ripple schon 2013 vor der gründung von ethereum eine smart contract fähige plattform hatte und diese plattform heißt code use sehr interessant viele von euch die schon ein bisschen tiefer im ganzen thema um xrp und ripple sind kennen sicherlich code use habe ich glaube ich ewig schon nichts mehr von gehört ob es überhaupt noch gibt weiß ich gar nicht auf jeden fall sehr spannend dass er das noch mal aufgreift denn er wird sicherlich gleich noch mal darauf eingehen code use war eigentlich so der vorreiter von ethereum wenn ich mich richtig erinnere ging um smart contracts einige behaupten auch dass ethereum quasi eine kopie von code use ist aber bestimmt wird er gleich darauf eingehen übrigens bei dabei ihr seht schon unsere ganzen socials ich finde es auf jeden Fall richtig cool wenn leute sich die mühe machen wirklich anspruchsvolle videos zu drehen und ich bin sehr gespannt wie das ganze weitergeht aber lasst auf jeden fall mal gerne ein abo da bei metamatic diese plattform wurde von dem legendären ripple programmierer stefan thomas entwickelt und zufälligerweise ist das ein freund von vitalik butterin der 2013 für einige wochen bei stefan thomas gewohnt hat und sich für ein praktikum bei ripple bemüht hat und ich habe dazu auch ein video gefunden wo miguel vias eine ehemalige führungskraft bei ripple diese story bestätigt warte mal ist buterin nicht der typ der sagt xp ist ein shitcoin und er wollte damals ein praktikum machen bei ripple sehr sehr geil wusste ich gar nicht wieder was gelernt so um my first question is um was cody's created to compete with uh derek and uh was that cody's might have been the fourth there okay no okay i don't know the timing i will say so vitalik vitalik slept on stefan's couch for about six weeks back in like 2013 so stefan's our cto he's our like wonder kid he's our genius he's over came up with iop um and stefan knows vitalik very well so um i think there was a lot of collaboration there between not like you know months of work between vitalik and stefan but just a lot of mind-melding and i don't think it was a coincidence that um after vitalik left ripple he didn't work for us but he kind of interned for the wall just kind of went out you know back in 2013 that this wasn't very structured it was kind of a bunch of people in the room was dreaming really uh i think you know metallic and stefan and probably mine a little bit they went off with similar things so cody's wasn't meant to compete with the theory per se but it wasn't i think meant to do similar things and cody's is not that by the way um you know i think we we may have some appetite to do some stuff with cody's also für alle die das nicht ganz so schnell mitlesen konnten also vitalik buterin wollte damals wohl ein praktikum bei ripple machen und war bei einem der top programmierer bei stefan thomas heißt er glaube ich und er wollte bei ihm eben so ein bisschen über oder hat bei ihm übernachtet auf seinem sofa sogar hat sechs wochen da gelebt mit ihm und es gab zwar keine direkte kooperation zwischen den beiden im sinne von dass vitalik jetzt offiziell für ripple arbeitet aber durch die beiden oder durch die beiden die miteinander kontakt hatten gab es dann schon hier und da mal eine kollaboration man hat sich ausgetauscht und vitalik hat damals als sehr junger mensch dann höchstwahrscheinlich sehr viel von stefan lernen können und danach haben sich die wege getrennt und danach erst ist ethereum entstanden also die ursprüngliche frage war wurde cody's geschaffen um ethereum zu konkurrieren die antwort darauf war ganz klein nein denn cody's wurde vorher geschaffen das vielleicht ganz wichtig cody's war also eigentlich die erste smart contract platform und scheinbar ist sie doch nicht tot sagt er hier in dem video es liegt also sehr nahe dass vitalik butterin die idee für eine smart contract fähige blockchain von stefan thomas geklaut hat denn nur zwei jahre später wurde die ethereum blockchain gelauncht und heute bezeichnet er xrp als shitcoin ohne den er vermutlich niemals die ethereum blockchain entwickelt hätte die ihn letztendlich zum milliardär gemacht hat ja wahnsinn es gibt ja auch noch mal ein video das ist aber irgendwas im internet verschwunden da sieht man wie vitalik butterin in unserem interview total schüchtern auf die fragen antworten unter anderem wurde dann auch gefragt wie sie denn ihre ico staffeln wollen und er meinte da in diesem interview dass sie es genauso machen wollen wie ripple es gemacht hat also er hat sich also damals nicht nur technisch sehr stark an die dinge von ripple die sie so gemacht haben in diesem fall damals cody's orientiert sondern er hat sogar sein geschäftsmodell wie das ganze startet also die ico komplett quasi nachgeahmt wie ripple das ganze gemacht hat und heute schießt er gegen ripple und sagt xrp ist ein shitcoin schon sehr sehr dubios zumal wir alle wissen dass ethereum eigentlich nur deshalb unberührt bleibt aufgrund dieser ganzen hinman geschichte denn ansonsten gibt es meiner meinung nach zumindest auf der sachebene gar keinen grund warum ethereum nicht genauso angegangen werden sollte von der sec denn rein technisch betrachtet haben die genauso investoren gesucht zu beginn genauso etha ausgegeben als eine form von wertpapieren und naja aber darum soll es nicht gehen weiter im text und das macht vitalik butterin zum größten im crypto space ein fuchs teufels wild in englisch einem fox devils wild das habe ich gesehen sehr sehr witziger ausschnitt von ihm ihr solltet auf jeden fall das ganze video schauen ich werde das mir unten verlinken das will ich mal nicht spoilern dass hier ist ein kleiner joke nebenbei und er gibt euch auf jeden wenn man das video beginnt ab minute vier ja und ihr werdet sicherlich extrem lachen also schaut euch unbedingt mal das original an die problems wie dem auch sei viele fragen sich jetzt bestimmt was aus code us geworden ist und warum ripple dieses projekt nicht implementiert hat denn dadurch hätte das xrp ledger schon viel früher die fähigkeit gehabt smart contracts auszuführen und hätte ethereum vielleicht sogar den titel als größte layer one blockchain weg geschnappt und da kommt wie gesagt die frage auf warum so ein riesen blockchain unternehmen wie ripple sich diese chance hat entgehen lassen wo sie doch schon einen prototypen von code us fertig hatten denn als eigentlicher pionier was smart contracts angeht hätte man erwartet dass ripple zumindest versuchen würde ethereum wieder einzuholen doch leider wurde es immer leiser um code us bis es 2015 sogar für tot erklärt wurde was die hoffnungen der frühen xrp community natürlich zerschmettert hat okay das wusste ich nicht dass die scheinbar tot sind oder das projekt tot ist ich hätte eigentlich gedacht da wird irgendwie vielleicht im hintergrund vielleicht unter einem anderen namen vielleicht polis sein oder ähnliches david schwartz hat er so was mal durchblicken lassen dass sie da vielleicht irgendwie am derivatemarkt weiter arbeiten aber vielleicht kommt ja auch noch was ich will mal nicht so viel vorgreifen auf jeden fall ein unheimlich spannendes thema was der metamatik da aufgreift mich hat es natürlich nicht losgelassen warum ripple sich diese riesen chance hat entgehen lassen und nach einer kurzen recherche konnte ich auch rausfinden warum sie dieses projekt erstmal auf eis gelegt haben und einer der hauptgründe ist dass die krypto industrie damals einfach technisch gesehen nicht so weit war um die vision von code us umzusetzen 2022 haben das stefan thomas und david schwartz auf einer öffentlichen veranstaltung zumindest so gesagt die vision von code us war es eine block chain agnostische smart contract plattform zu bauen die an keine bestimmte block chain gebunden ist sondern völlig interoperabel in alle systeme und netzwerke integriert werden kann wobei ethereum an seine eigene block chain gebunden ist und durch die fehlende interoperabilität sehr unflexibel ist ethereum versucht also praktisch alle dazu zu zwingen ihre block chain zu nutzen und ein monopol zu errichten während ripple alles interoperabel macht und keinen dazu zwingt xrp beziehungsweise das xrp ledger zu nutzen und das ist meiner meinung nach ein sehr kluger schachzug von ripple denn am ende werden sich die unternehmen und banken natürlich für die block chain entscheiden die am besten funktioniert und das ist zumindest wenn es um block chain basierte zahlungen geht das xrp ledger also definitiv bin ich hundert und ein prozent bei ihm allein die tatsache dass alle die mit ethereum kooperieren wollen oder in irgendeiner form wollen dass ihre chains miteinander verbunden werden das meist über diese ethereum virtual machine machen müssen und quasi alle es ethereum recht machen müssen um damit zusammenarbeiten zu können ich denke auch das wird mittel bis langfristig gesehen ein großes problem zudem hat ethereum auch seine komplett eigene programmiersprache wenn mich nicht alles täuscht solidity oder so heißt es glaube ich und auch das ist ein großes problem denn die meisten haben ja bereits viel erfahrung mit programmieren müssen sich aber immer komplett umorientieren um wirklich auf ethereum arbeiten zu können das ist aber auch wahrscheinlich der grund warum es diese ethereum aliens gibt also viele unternehmen die richtig bock auf ethereum haben weil es eben auf den ersten blick komplett dezentralisiert ist auf der anderen seite aber doch schon gewissermaßen zentralisiert weil alle eben ethereum standards gerecht werden müssen und das ist natürlich ein gewisses monopole am markt zurück zum thema nun hat ripple die ganzen jahre über natürlich nicht däumchen gedreht und gewartet bis code just technisch umgesetzt werden kann sondern ripple hat klugerweise am inter ledger protokoll gearbeitet was übrigens ebenfalls von stefan thomas entwickelt wurde und was zum geier ist das inter ledger protokoll das inter ledger protokoll kurz ilp wurde entwickelt um als eine art standard für das internet of value zu dienen es ermöglicht die interoperabilität zwischen verschiedenen zahlungsnetzwerken und auch blockchains sodass werte genauso leicht übertragen werden können wie daten im heutigen internet wie ihr sehen könnt auch hier versucht ripple niemanden dazu zu zwingen xrp zu verwenden sondern setzt vor allem auf völlige interoperabilität also jetzt schon oft von inter ledger gehört oder auch von diesem ip aber so die bridge die habe ich noch nicht gehabt also sehr nice ich merke schon wirklich sehr gute infos mit dabei also noch mal vielen dank für die video empfehlung bisher gefällt es mir richtig gut und eine direkte anbindung zum xrp ledger ist beim inter ledger selbstverständlich standardmäßig eingebaut und dadurch liegt es natürlich nahe dass banken das dann auch nutzen werden während alle anderen blockchains sich mit smart contracts rumgeschlagen haben hat ripple das technische fundament für das zukünftige blockchain basierte finanzsystem entwickelt so und jetzt kommen wir noch mal zurück auf kodius zu sprechen das konnte man damals wie gesagt in punkto interoperabilität nicht so umsetzen wie man es wollte und man hat es dann daraufhin auf eis gelegt aber ich bin heute hier um euch die frohe botschaft zu überbringen dass kodius lebt zumindest spricht sehr vieles dafür allen voran ein tweet von david schwartz wo er während einer diskussion bezüglich kodius folgendes sagt die technologischen bausteine die uns damals gefehlt haben sind heute verfügbar und es gibt einige märkte wo man kodius einsetzen könnte ich wünschte ich könnte mehr sagen aber ich habe schon mehr gesagt als ich sollte so und jetzt sage ich euch warum ich glaube dass david schwartz mit einige märkte den derivatemarkt gemeint hat sehr sehr interessant ich habe euch ja schon mal dieses video glaube ich gezeigt sonst blende ich das ja noch mal ein wie xrp den derivatemarkt angreifen will und der großteil glaubt ja dass der haupt use case den ripple mit xrp vor hat er diese grenzüberschreitenden zahlungen sein werden und mit sicherheit ist das auch stand heute so das größte projekt das sie angeht ich meine die im odl aufgezogen die haben unheimlich viele partner es wird immer wieder darüber gesprochen dass sie diese grenzüberschreitenden zahlungen voranbringen wollen oder den standard setzen wollen aber der derivatemarkt ist glaube ich der interessanteste markt für alle also die gesamte tokenisierung von vermögenswerten oder generell das abbilden von vermögenswerten all das ist der größte kuchen den es da draußen gibt ich suche noch mal die grafik vielleicht kann ich die ich immer einblenden da seht ihr mal was für ein monster mäßiger kuchenanteil das ist und ich glaube darauf jetzt früh oder später auch hinauslaufen ich bin sehr sehr gespannt und die gleichen worte die david schwartz hier schreibt ich wünschte ich könnte mehr sagen aber das ist oder kann ich momentan nicht das hat er auch gesagt bei polis ein bei polis ein ist immer noch so ein dickes fragezeichen hinter was dahinter steckt vielleicht ist es ja in irgendeiner form ein aufgefrischtes kudius dazu zeige ich euch erstmal ein etwas älteres video wo susan erzi die bei ripple im vorstand sitzt über kodius spricht so rippel labs hat eine platform called kodius und es gibt eine andere called ethereum und beide von ihnen versuchen die Menschen zu helfen zu schreiben was sie smart kontrakte oder computerprogramme die Geld verdienen so we could just for example you know you could think about some sort of complex financial derivative we could take and as an input the bloomberg feed of stock prices and we could make very complex bets about what this stock goes up and the stock goes down and this other thing happens and the national weather service says it's sunny today then this person gets paid and if these other things happen someone else gets paid so that's going to really reduce the barriers to entry for creating financial derivative products sehr sehr spannender punkt im letzten wochenreport am sonntag habe ich euch auch einen artikel vorgelesen dass auf dem xrp ledger jetzt gerade eine abstimmung stattfindet ob oracles integriert werden sollen und oracles können natürlich neben wetterdaten und aktuellen marktpreisen und so weiter auch genau dafür eingesetzt werden dass man eben mithilfe dieses automatic market makers und dem angriff auf den derivate markt das ganze miteinander kombiniert also super super spannend und ich glaube es macht sinn dass wir öfter solche eher technischen videos anschauen weil ich weil ich glaube dann wird das verständnis ein bisschen größer warum einige davon sprechen dass xrp mal 10 20 30 oder hier in diesem beispiel 100 dollar erreichen kann das kommt ja nicht von ungefähr oder weil man einfach die daumen drückt und hofft dass seine lieblingsmannschaft jetzt nach ganz oben schießt sondern es gibt schon gewisse gründe warum man eben solche verrückten annahmen trifft sie sagt ja also ganz direkt dass man kodius quasi speziell für den derivate markt entwickelt hat den größten markt der welt wenn man diesen markt tokenisieren und auf das xrp ledger übertragen würde dann wäre ein dreistelliger xrp preis meiner meinung nach locker drin also wenn das wirklich so käme wäre das wohl das minimum gerade eine sehr vorsichtige und konservative einschätzung denn ich will wirklich nicht den moonboy stempel auf die stirn gedrückt bekommen darüber hinaus kann ich aber auch technisch beweisen warum kodius in verbindung mit dem interledger und dem xrp ledger die beste lösung für den derivate markt ist denn kodius hat die folgenden vorteile gegenüber ethereum erstens interoperabilität kodius ist wie gesagt blockchain agnostisch das heißt es kann mit jeder blockchain und sogar mit jedem traditionellen zahlungssystem interagieren und der derivate oft auf verschiedenen plattformen gehandelt werden ist diese eigenschaft notwendig um nicht zu sagen essentiell dieses thema interoperabilität wird sowieso noch ein sehr sehr großes thema viele sind ja momentan doch sehr stark davon überzeugt dass bitcoin nicht nur heute die show gehört sondern auch in der zukunft und dass bitcoin immer die nummer eins bleibt überall und mit sicherheit wird bitcoin in seinem speziellen gebiet nämlich heutzutage eben der wertspeicher faktor immer eine wichtige rolle spielen aber ich denke mal entscheidend wird sein wenn später wirklich use cases kommen und wenn wirklich die utility kommt also die anwendung der realwirtschaft dann wird entscheidend sein wer kann am besten mit allen möglichen system kompatibel arbeiten wer wird eben die geringsten hürden für entwickler für unternehmen und auch für nutzer darstellen und ich glaube da wird das thema interoperabilität das wichtigste von allem klar hat auch ethereum die möglichkeit das ganze noch zu verbessern ich meine die haben es sogar geschafft vom proof of work zum proof of stake zu wechseln dann gibt es wahrscheinlich theoretisch noch die möglichkeit die programmiersprache und all das auch noch abzuändern aber haben sie da wirklich großes interesse dran das würde ich heute einfach mal bezweifeln und von daher sehe ich gar nicht so unrealistisch dass projekte wie kodius zum beispiel oder wie auch immer das ding heute genannt werden will dass sowas vielleicht irgendwann mal ethereum ablöst zweitens flexibilität in der programmiersprache auf ethereum können smart contracts nur mit solidity entwickelt werden das ist die hauseigene programmiersprache von ethereum kodius erlaubt jede geläufige programmiersprache ich denke dazu muss man nichts mehr hinzufügen drittens und das ist der wichtigste punkt smart oracles durch die sehr hohe technische flexibilität die kodius gegenüber ethereum bietet lassen sich so genannte smart oracles sehr viel leichter implementieren oracles sind einfach ausgedrückt datenbrücken die eine blockchain oder ein smart contract mit daten aus der realen welt versorgen smart oracles gehen sogar noch einen schritt weiter weil sie neben dem abrufen von daten diese auch verarbeiten können bevor die daten an den smart contract weitergegeben werden hier werden daten also nicht nur blind weitergegeben sondern auch richtig interpretiert und darauf basierend kann der smart contract eine fundierte entscheidung treffen und das wird den derivate markt wo finanzprodukte kaum komplexer sein können auf die nächste evolutionsstufe bringen jetzt versteht ja warum ich im video gesagt habe ich denke die wahrscheinlichkeit dafür dass diese oracles in der abstimmung die gerade stattfindet auch wirklich den zuschlag bekommen und dass es wirklich umgesetzt wird ich denke dass es sehr naheliegend weil es im xrp ledger einen unglaublichen mehrwert bietet von smart oracles habe ich noch nie gehört ich muss mich damit mal technisch beschäftigen wie die das ganze sozusagen auf echtheit und so weiter prüfen denn das ist generell so das problem bei daten die man aus der realwelt auf die blockchain bringt irgendeiner muss die ja quasi zuspielen und wie vertrauenswürdig ist diese quelle diese zentrale quelle beispielsweise wetter.de wenn sie die wetterdaten übermitteln wenn sie fehler machen sind die fehler auch auf der blockchain also es wird auch schon wichtig sein wer die oracles validiert beziehungsweise wer das ganze richtig filtert und falls ihr was zu diesem thema smart oracles wisst oder irgendwie vielleicht einen spannenden artikel dazu habt dann lasst mich mal gerne reinlesen weil ich glaube das wird ein sehr sehr wichtiges thema für die zu mann merkt wirklich dass alles was ripple entwickelt auf sehr spezifische anwendungen ausgelegt ist und sich in diesem fall speziell auf den derivate markt ausrichtet und ich möchte noch mal betonen dass der derivate markt mit abstand der größte markt der welt ist und das ripple vor kurzem als mitglied bei der isda aufgenommen wurde eine organisation die einen sehr großen einfluss auf diesen markt hat und ich wage es zu bezweifeln dass man diesen markt tokenisieren und auf eine blockchain übertragen wird die ein typ entwickelt hat der einhorn t shirts trägt wenn ihr da anderer meinung seid oder noch anmerkungen habt dann schreibt mir bitte in die kommentare das war auf jeden fall noch mal das i tüpfelchen auf das ganze warte ich gehe noch mal kurz zurück das nun möchte ich keine fähigkeiten daran bemessen was jemand anzieht aber sagen wir so vitalik buterin hat schon einige seltsame aktion gebracht ich blende euch hier nochmal ein legendäres bild was mir bei ihm noch so einfällt was vor einigen monaten aufgetaucht ist auf jeden fall ja an dieser stelle großen dank an metamatic ein sehr sehr spannendes video beide daumen hoch lasst auf jeden fall ein like bei dem video da ich werde euch wie gesagt das original hier unten verlinken auf jeden fall sehr sehr großer mehrwert und ich hoffe darauf dass noch viele abonnenten dazugewinnen und vor allem bin ich mal sehr gespannt was in zukunft doch bei dir abgeht ja vielen vielen dank an dieser stelle ich hoffe ihr hattet einen mehrwert falls ihr irgendwelche fragen oder ergänzungen habt schreibt sie doch gerne hier unten in die kommentare ansonsten freue ich mich natürlich auch über weitere video wünsche eurer seite auf die ich reagieren soll bin sehr gespannt wünsche euch jetzt einen wundervollen tag ihr lieben bleibt mir gesund und bis bald ciao und bis bald